So, hier unten sieht es schon ganz rar aus. Was habe ich hier? Ja, Bad Dads. Äh, ne, The Red Dads. Faserhut. Ich glaube, das kann man auch mal umdrehen. Moment, das wird ein bisschen... Das ist auf jeden Fall Qualitätsware hier. Das kann ich jetzt schon sagen. Schaut mal hier. Ist das eine Gitarre, Keyboard? Ja, es war irgendwie so eine witzige Band, die hat in der U-Bahn gespielt. Und ich fand die eigentlich ganz witzig. Ganz cool. Und dachte, dann hole ich mir einfach mal. Hat, glaube ich, auch einen Fünfer gekostet. Unterstützt man eine kleine Band. Und kauft noch Musik von denen. Da kann man doch an sich nichts falsch machen. Höre ich nicht so oft, aber ab und zu komme ich nochmal in den Genuss. Ich tue es mal hier rein, man sieht es halt kaum. Aber naja, was soll's. Ähm, Link.